Willkommen zu X-Taxe und Boah, Leute, fast 2 Stunden saß ich an dem Einsprung Ich habe versucht und versucht und letztendlich mit Speedster und ja, mit Speedster und dem was ihr unten seht, mit diesen Parts, habe ich diesen Sprung irgendwie geschafft und ich werde ihn natürlich einblenden Und ja, ich habe jetzt hier auf jeden Fall Ja, ich habe vorher ein Safe-Set gesetzt, weil, muss ich sagen, den Sprung mache ich nicht nochmal Definitiv not und ich glaube, der wird schon gar nicht mehr nötig sein in den Safe-Set, weil, ja, wenn ich es hier schaffe, ohne zu sterben, dann, ja besser als wir nochmal dann Dann ist alles, ja, dann ist wieder Alles wie vorher Ja Obwohl Na, komm, ich trau der Stelle nicht Und Ach, gut Oh, Gott Oh, Gott Oh, Gott Oh, Gott Ich muss keinen Fehler machen Komm, weg hier Ach, bloß Bloß Arial nie wieder machen Bloß Diese scheiß Arial nie wieder machen Was glaubt ihr, wie oft ich mit Shadow Highmax nachmachen musste um das richtige Update zu finden Boah Das hat Ewigkeiten gedauert Und endlich bin ich beim richtigen Boss angelangt So So Würde ich raten, dass es Gatewist persönlich, oder? Ja, da ist er So Most impressive All of my replies Have Already been Destroyed I Confuse And I have nothing To use Gate Surrender Also gib auf Not now Not now I have one more experiment I'd like to perform Stop You are making a big mistake But You know that Don't you? Who cares I've always wanted to Analyse you Come on, Axe Okay Okay, also den Kampf gegen Gate persönlich Oh, ist das ein scheiß Areal Ist das ein scheiß Areal Ob nicht Kampf kann ich eigentlich treffen Wie kann ich ihn treffen? Okay, wie kann ich ihn treffen? Ja. Ja. Hallo, mach ich mir auch mal Schaden? Achso Verstehe, ich muss dann wahrscheinlich seine Kugeln zurück schleudern Oh Gott, ist das ein beschissenes Areal Hä, wie? Okay, ich verstehe diesen Boss nach wie vor immer noch nicht Aber das Areal ist ziemlich scheiße, muss ich sagen Eben wegen dem ganzen Instant-Kill-Abgrund da unten Hmhm ... 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 Äh, wie genau... Soll ich ihn jetzt treffen, denke ich? Äh, wie treffe ich ihn? Ich hab ihn schon mal getroffen. Ach so! Verstehe. Ich zerstöre seine Kugeln und dadurch wird er halt getroffen. Oh, das ist fies. Man kann ihn quasi nicht selbst treffen. Man muss ihn durch seine Geschosse treffen. Oh, ist das fies. Was? Ach du Scheiße. Uiuiui, das kann Spaß werden. Oh, das ist fies. Oh, das ist wirklich interessant! Oh, das ist... Wärts! 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 Oh, man. Der Bosskampf wird richtig nervig. Der Bosskampf wird richtig nervig. Okay, kann ich nicht jede Kugel zerstören, oder? Kann ich bloß die Grünen zerstören? Ja, das ist die Frage Anscheinend nur die Grünen, oder? Ne, auch die Roten Oh, come on, geht kaputt Der ist schwer zu treffen, muss ich sagen Der ist wirklich schwer zu treffen Oh, das ist gemein Das ist richtig fies Ich frage mich gerade, klappt die Attacke? Würde ich die benutzen, oder klappt die nicht? Natürlich nicht Das ist schwer Ah, Mann Harter Passfall Ja, Mann Das war's für heute. Komm schieß Scheiße Jetzt eigentlich nicht ganz bapsisch, ist aber egal Ah, Scheiße Ah, die Musik ist cool Sollte man zwischendurch in Wirkung bleiben bei dem Boss Ich merke auch, jeder von diesen Kugeln macht was anderes Ich merke auch, jeder von diesen Kugeln macht was anderes Ich muss mich echt gerade konzentrieren Ich hau ihn raus, ist mir egal Ich habe ihn raus, jeder von diesen Kugeln macht was anderes Sorry, wenn ich gerade stirb bin, weil ich muss mich hier echt konzentrieren. Ich hab nämlich keine Lust hier... jetzt zu sterben. Oh Gott... Komm, noch ein Treffer. Komm, mach die Kugel! Yes! Oh, danke! Störb, du Mistkerl! Oh, fuck! Ich glaube, dass ich keine Dna von 0 hatte, dass ich nicht gewidmet habe. Ich glaube, dass es nicht so gut ist. Ich glaube, dass es nicht so gut ist. Ich glaube, dass es nicht so gut ist. Aber... Es ist noch nicht vorbei! Ich bin... ... der wunderschöne Schlechtel-Büßler zu sein... Ich habe mich schon über diese Schlechtel-Büßler gemacht. Ich wollte es nicht nur noch mal nutzen. Ich wollte es nicht nur noch nutzen. Ich weiß nicht, aber... Ich habe mich wieder zurückgekehrt. Ich habe den SIGMA. Geh auf dich, Kind! Ich werde nicht so weit weggehen! Ich habe keine Hilfe für dich. Ich bin in邪魔! Was? Was ist das wieder? Aber ich glaube, es ist noch nicht wieder zurückgekehrt. Los geht's! X, du hörst du? Ich habe mich überrascht, aber... Der Eizog, der da unten ist, hat er gestorben. Sie sind sterben? Sie sind mit dem Erlöser-Erlöser-Erlöser-Erlöser. Es gibt keine Antworten. Was ist das denn? Nein, das ist nicht das. Ich werde Sigma hin! Sigma ist es wieder. Mal wieder. Wer auch sonst. Isaac ist jetzt auch tot. Und halt Gate. Ja, das wahre Übel fast zurückgebracht hat. Und zwar Sigma. Okay, jetzt werde ich nur mal vorbereiten müssen für die letzte Stage. Die Sigma Stage und wahrscheinlich auch die Grade 8. Gut Leute, das war Megaman X6 für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Sikowski.